Hallo und Willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem kleinen Kanal. Ja, ich hab mir mal vorgenommen, wir spielen ein bisschen FIFA 15, und zwar den Karrieremodus. Ja, und dann fangen wir gleich mal an mit dem ganzen Spaß. Wir machen eine Trainerkarriere, natürlich selbstverständlich in Deutschland. Und wir spielen, weil es gerade in der Liga so toll läuft. Ja, spielen wir mit Borussia Dortmund. Weltklasse, Halbzeitlinge, fünf Minuten, sechs. Ja, weiß ich auch nicht. Mach mal fünf. Sechs, fünf, sechs. Mach mal sechs. Ich weiß noch nicht. Nein, wir machen sechs. Also, transferen, sagen wir mal deaktivieren aus, genau. Können wir soweit. Können wir aktuell runterladen. Ja, würde ich sagen. Ja, weiter geht's. Ja. Ja, ist ein bisschen her, dass ich mal wieder was hochgeladen habe, ne? Zwei Jahre oder so, glaube ich. Und da wurde es natürlich auch mal wieder Zeit hier. Sieh so, jetzt wählen wir unseren Namen aus. Wie heißen wir denn mal? Äh, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht. Äh. Wie wär's denn mit Horst? Günther, Horst Günther, das ist doch grundsätzlich ein schöner Name, finde ich. Wir kommen aus Deutschland, bei dem Namen. Wir kommen aus. Jogging-Anzug, Anzug. Ja, ein Anzug. Marineblau, Hautfarbe. Olive, dun, schwarz. Sehr hell, hell. Horst Günther ist natürlich sehr hell, ne? Gibt's auch fett? Stämmig. Horst Günther ist ein stämmiger, heller Typ. So. Überraschend wurde bekannt gegeben, bla bla bla, dass Günther neuer Trainer bei Bore Dortmund wird. Hätte mal aber auch schreiben können, also wirklich. Tja. So schwer mal Bore-Set zu schreiben, vermutlich sind die gar nicht, wie jetzt geschrieben wird, was? Äh, neue Karriere. Ja, ich hab eine Karriere mit Rasenballsport Leipzig. Einfach mal so. Let's play, nennen wir das Ganze mal, diese Karriere. Und dann gehen wir ins Büro, wo uns auch schon gleich zahlreiche Nachrichten erwarten. Wir fangen unten an, ja. Liga-Ziel, was ist denn? Liga-Meister werden, na, wenn's weiter nichts ist. Ha, ha, ha. Was ist denn, was will, bis haben wir, bla bla, ja, Scout. Scout, Scout ist immer gut. Gebietscouting, Gebietscouting. Ist da schon was eingestellt hier richtig, ja, ne? Zweimal Deutschland. Deutschland. Ach, was weiß ich. Ich, äh, ist grad ein bisschen spät und ich komm jetzt grad noch nicht so klar. So. Ah, Scout-Bericht anzeigen. Was hast du denn hier Schönes, mein Freund? Niklas Stark. Ja, ja, nö. Timo Werner. Timo Werner. Boah, der juckt mich gleich schon in den Fingern, ey. Bin ja ein großer Fan von Timo Werner. Timo Werner. Timo Werner. Hm. Du, ich mach mal eine Anfrage. Einfach so. Weil ich's kann. Kevin Bräune. Oh, Shakiri. Ja, meine Güte. Aber komm, lass das jetzt. Äh, wichtige Infos zum Transfermarkt. Pokalziel. Was wollen wir denn? Pokalsieg. Ja, natürlich. Ist auch grundsätzlich so, dass Dortmund immer Meister werden will und den Pokal gewinnen will. Ist natürlich sicher. Die Ausstellung lassen wir erstmal für das erste Testspiel. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob ich die. Kehl. Hm. Kehlbänder. Ja, aber für das erste Testspiel kann ich das eigentlich lassen. Wie sieht's denn aus hier? Ginter nur auf der Bank. Oh, das ist... Wer hat die Wahl hat, hat die Qual, gell? Sahin. Jo, jetzt schon. So, pass auf. Wer steht denn da vorn drin? Ober. Ja, komm, lass mal das mal so, oder? Würde ich schon sagen. Blaschikowski kennen wir eigentlich auch. Ja, hätte ich mich mal vorher informieren sollen hier. Das ist... Gündogan, hätte ich auch gern. Komm, Gündogan erstmal hier für Kiel. So. So, mal zu Potte kommen wir, ja. Blaschikowski. Ja, Blaschikowski sollte ich eigentlich mitnehmen für Kiel jetzt erstmal. Und eigentlich möchte ich nämlich ober auf rechts, Micky dahin, und im Sturm möchte ich dann... Möchte ich dann Ramos oder Immobile? Hm, den italienischen Immobilienmakler? Oder Ramos? Boah, das ist auch immer. Wir machen jetzt erstmal... So ein Giro. Ginta, würde ich auch gern mitnehmen. Weiß nicht. Ah! Das muss auch immer so schnell sein, ja. Schmelzer genauso, ja. Meine Güte. Da soll man sich entscheiden können. Aber wir lassen das erstmal. Wir lassen das erstmal so wie es ist. Ja, wer die grundlegenden Funktionen noch nicht kennt, Teambereicht ist für mich immer sehr wichtig, weil ich hier dann sehe, wo sich welche Spieler verbessern oder verschlechtern. Und das finde ich immer sehr schön. Da gucke ich eigentlich sehr oft nach. Weil... So. Einfach. Und, ja, Transfers, genau. Wir könnten ja auch ein paar Spieler verkaufen. Wen könnten wir denn? Leitner. Ah, Hofmann kommt ja dann auch wieder, ne? Nächste Saison haben wir erst natürlich. Das... Ja. Weil ich halte sehr viel von Hofmann und finde es eigentlich schade, dass wir den verliehen haben. Der hätte uns vielleicht zur Zeit noch ein bisschen helfen können. Hat eigentlich immer gute Akzente gesetzt im Spiel. Also ich meine jetzt im echten Leben hier nicht in FIFA. Kirch. Kirch war ja auch so ein Ding. Als der geholt wurde, habe ich mir gedacht, pfff, warum Kirch? Warum zur Hölle holt man einen alten Spieler, der international so ziemlich keine Erfahrung hat? Ja, aber spätestens beim Spiel gegen Real Madrid hat er gezeigt, hier war alles richtig. So, wir machen jetzt nicht mal. Wir wollen ja vorankommen. Wir wollen ja auch die Folge hier nicht drei Tage laufen lassen. So, Timo Werner. Elf Millionen. Leckt mich doch. Ja, komm. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Lass mal sein. Vor allem, weil ich so schon so viele Spieler habe, die gut sind und die ich alle gerne spielen lassen würde, aber nicht kann. Marcel Schmelzer wollte er haben. Ach, komm. Nee. Nee, 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 nee. Nein, Ossi gebe ich nicht ab. Wäre ja verrat. Na, gute Schmelle. Transfer-Angebot für Sven Bender möchte ich auch nicht abgeben. Hört mal auf. Zehneinhalb Millionen. Puh, nein. Nicht Bender. Noch nicht. Ich bin ja immer der Typ, der die Spieler gerne jung hält. Was habt ihr hier? Nationaltrainer? Ja, ja. Äh, ich halte also, ich möchte immer junge Spieler haben und wenn die mir zu alt werden, verkaufe ich die gern, wenn die dann ein bisschen Geld bringen. Transfer-Angebot für Gündogan, na, das könnt ihr aber gleich, also, ablehnen und künftig untersagen, mein Freund. So, mich. Gündogan ist für mich sehr wichtig. So. Was denn jetzt wieder für Kill? Ja, da nähern wir uns doch schon. Aber ich möchte natürlich also den, 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 den marktwert möchte ich natürlich schon drin haben. Ja. Auch wenn's jetzt die Kölner sind. Hab ja auch ein bisschen Sympathie für die Kölner. Aber verschenken möchte ich meinen Spieler natürlich nicht. So. Meine Güte, das hört nicht auf. Hatten wir das nicht gerade erst? Was gesagt? Ja. 1,9. Drunter bin ich nicht. Nein, nein. Weiter. So. Ach, geht doch. Ja, dann wäre Kill natürlich jetzt weg. Natürlich auch schade, der ist schon so lange beim BVB und ja, einer der wenigen, der wirklich dem Verein so lange treu ist. hat man noch im Weidenfeller und sonst fällt mir da jetzt keiner ein, der so lang dabei ist. So, was haben wir hier? Transferangebot für Pischek. Ich sag's Pischek. Viele sagen ja Pischek, aber das klingt für mich immer wie die Urinprobe nach dem Spiel und deshalb es ist bei mir Pischek zu ablehnen. Doch, 29 Jahre sind natürlich schon Angebot ist auch nicht schlecht und für rechts könnten wir natürlich auch Großkreuz. Aber Pischek ist natürlich schon eine Wucht. Und wir kommen auch gleich zum ersten Testspiel. Haha. Abgebrochen. Oh. Na, bitte also. Kehl möchte nicht zum Köln, weil er unseren Verein liebt und nicht weg will. Also, bitte. So mag ich meine Spieler. Hehe. So, das erste Testspiel. Gegen Burnley. Eigentlich auch nicht so gut die gegnerische Mannschaft, aber wir spielen ja auf Weltklasse und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt der beste Spieler bei FIFA. Ne? Gibt's einige, die können das bestätigen. Joa. Wir starten jetzt einfach mal hier diese schöne Runde und schauen mal, was auf Weltklasse geht. Ah, drübbeln hier, ne, kein Bock. Ich bin ja gespannt, ob die Framerate hält im Video. So, wo ist der Dortmund gegen Burnley? Kommentat worden habe ich ausgestellt. Natürlich. Drück mal weg hier. Und wir gehen gleich offensiv voran. Hm. Ja. Oh. Oh. Da will der schon einen Foul pfeifen. Ich versuche hier immer die Framerate oben im Bild seht ihr nicht, aber ich versuche hier immer im Auge zu behalten. Denn meine Festplatte ist scheinbar nicht die schnellste. Oh, 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 oh. Da geht's ja fast schon gut los, du. Und da kann's natürlich sein, also momentan sind wir so bei 25 Frames. Geht eigentlich. Ja. Ich muss mir da wohl mal eine neue interne Festplatte holen. Ah. Ja. Versuchen, Skills anzuwenden mit Spielern, die es nicht können, ist natürlich nicht sehr praktisch. Ja. Gut gemacht. So, wo ist denn jetzt die Anzeige da unten? Wo ist denn jetzt die Anzeige? Hallo? Ja, ist ja natürlich schön. Oh, 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 oh. Schade. Schade. Wollte ich so schön abgeben auf Aubameyang da unten. Naja. Oh. Ist natürlich auch ganz was anderes, ob man nur mit selbst quatschen spielt oder ohne. Müssen natürlich aufpassen jetzt. Ja. Aber solange nur solche Schüsse kommen. Ist das ja noch harmlos, hör mal. Wo war. Schön nach vorn. Jawohl. Micky. Ey. Wo war denn das jetzt abseits? Kann ich das nochmal sehen, bitte? Ja, ja, doch. Hm, na. Mein Gott. Kann man noch mal ein Ohr zu tun, was denn Aubameyang verletzt? Fände ich jetzt aber nicht schön. Tja. Wird der jetzt draußen behandelt oder wie? Kommt der wieder rein? Oh. Ich sehe schon, das wird eine harte Saison. Ich glaube, wir werden uns hier nicht lang halten beim BVB. Oh, ich werde mich da schon reinfuchsen wieder. Kann nicht sein, dass ich auf Profi hier, äh, ja, auf Profi die Gegner einfach wegnatze mit 8-0 und so und hier dann verkacke gegen irgendwelche Bimbo-Gegner ohne jetzt einen Gegner schlecht zu machen. So, Aubameyang hat sich schön verletzt, danke. Aber ich denke, unser Kuba ist da keine schlechte Alternative, oh, ma. Och, was macht denn ich da? War nix. Ich war nicht auf die Idee zu pfeifen, Idiot. Ah. Geht noch nicht viel zusammen hier in dem Spiel, ey. Blamiere ich mich hier gleich im Testspiel? Ist ja super. Normalerweise finde ich die Testspiele immer ziemlich leicht. Und dann in den richtigen Spielen geht's dann ab. Oh. Komm hier gar nicht durch, ey. Was ist da los? Da sollte der Ball aber nicht hin. Find ich auch mal schön, wenn man in eine Richtung drückt, aber das vom Spiel komplett ignoriert wird und der Spieler einfach da hinpasst, wo er das gerade für richtig hält. Ah, unsere Anzeige ist übrigens irgendwie wieder da. Ich habe noch gar nicht bemerkt. Naja. Oh. Sehr gut. Einfälle. Ah. 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 Ja, schau. Ah. Jawohl. Kuba, lauf doch mal. Muss ich doch wohl durchsetzen können. Kuba. Oh. Wenn ich damit gerechnet hätte. Noch kein einziger Torschuss von uns, glaube ich. Alter. Das kann doch nicht so schwer sein auf Weltklasse. Ist ja unfassbar. Ist jetzt auch noch nicht so unbedingt meine Aufstellung, muss ich sagen. Puh. Ist vielleicht auch nicht unbedingt die richtige Aufstellung, um auf sehr offensiv zu spielen, glaube ich, ne? Oh. Der Gegner nähert sich dem Tor. Ach. Quatsch auf. Wir gehen mal auf sehr defensiv. Vielleicht wird das dann besser. Ja, ja, ja. So ist schön. So ist schön. Und da geht keiner mit. Oh. Oh, ja. Wer war das? Ah, ja. Mkhitaryan dürfte das gewesen sein. Wunderschön, wunderschön. Ja, Mkhitaryan. Herrlich. So, ich sag ja. Sehr defensiv und wir schießen das erste Tor. Mit unserer ersten Chance überhaupt. Also. Kann man mal stolz sein. Was denn? Was? Ich muss mal eben die Katze einmal wegscheuchen. Hau ab. So. Entschuldigung. Oh. Mit der Variante habe ich jetzt nicht gerechnet. Gar nicht so dumm. Gar nicht so dumm. Ja, jetzt fangen die an zu tricksen. Shiro. Komm, Junge. Kannst du machen. Hau rein. Jawohl. 2-0. Puh. Ja. Da sind wir jetzt aber ein bisschen sicherer geworden, ja? Da, wunderschön. Herrlich. Oh, mein Herrlich. Hatte fein gemacht, Junge. Hastte fein gemacht. So, ich stehe jetzt eicht ab. He, he. Halt die Klappe, Papa. Shiro. So kann's weiterlaufen dann. Am besten in der ganzen Saison. Was wollte denn der jetzt schon wieder pfeifen? Hör mal. Verarscht der mich? Aber es liegt nicht nur an mir, dass die Schiedsrichter in FIFA schon ziemlich kleinlich pfeifen teilweise, ne? Also. Und das jetzt nicht mal nur gegen mich selbst, sondern allgemein. Einfach. Oh, das war aber ein Foul. Aber komm, Gelb, also hör mal. Ja. Hätte ich aber so nicht gegeben. Ah, schöne Kameraeinstellung. Ja, man sieht alles. Also der Gegner hat einen schönen Arsch. Haben wir schon mal gesehen. Vom Foul habe ich jetzt nicht viel mitgekriegt. Aber ist ja egal. Oh, ho, 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 ho. Ich glaube, das war wichtig, dass der noch abgeleitet wurde. Ja, ja, der hätte reingehen können. Gut. Ich bin jetzt nicht so besonders gut bei Standards, muss ich zugeben. Aber der kommt gut für Weidenfüller. Ja. Halbzeit. Wir führen 2 zu 0 in der Halbzeit. Finde ich klasse. Finde ich klasse. Ja, ja, guckt sie euch an, die Stadionshow. Ich mache mal ein paar Screenshots nebenbei. Einfach wegen YouTube und so. Weißt du? Weiß ja noch nicht, was ich mir für diese Folge auswähle. Musik habe ich übrigens abgestellt, weil ich habe einfach keinen Bock auf YouTube dann immer. Ihr wisst ja, was ich meine. Man kann ja nie wissen. Wurden neulich erst wieder ein paar Folgen alte Folgen Minecraft bei mir gesperrt. Einfach warum weiß ich auch nicht. Irgendwas, irgendwo waren irgendwelche Rechte und pipapu. Ich habe doch keine Ahnung. War das überhaupt Minecraft, was da gesperrt wurde? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas wurde jedenfalls, ja, also. Ach nein, das war gar nicht hier. Das war ja bei Soundcloud. War bei Soundcloud ein Lied, was ich selbst erstellt habe. Ja. Ein Lied, das ich selbst erstellt habe, soll gegen Copyrights verstoßen. Keine Ahnung. Ah, schön, Micky, schön. Ah, nicht so schön, Micky, nicht so schön. Schon zwei gelbe Karten gekriegt, ey. Wir müssen aufpassen. Aber wir werden eh bald wechseln ein bisschen. Kagawa wird kommen, das weiß ich jetzt schon für Micky. Bin ja sehr froh, dass Kagawa wieder beim BVB ist. Ich selbst großer Fan von ihm. Ja, man darf auch nicht vergessen, was der BVB erreicht hat in den zwei Jahren, wo er hier war. Das war einfach, weißt du, da kommt der für einen Schnäppchenpreis, ich glaube, 350.000 Euro Ausbildungsentschädigung oder sowas war das, aus der zweiten japanischen Liga. und alle sagen, ja, pfff, kannst du nicht hier zweite Liga in Japan, das ist ja nicht Bundesliga, da würde ich selbst auch noch gut aussehen und pipapo. Und dann kommt er hierher, wird zweimal Meister, gewinnt einmal den DFB-Pokal und geht dann für 16 Millionen, oder was das waren, zu Manchester United. Und wir quatschen zu viel über Kagawa. Ich glaube, das mag unser Gegner nicht und da ist das Gegentor. Ich fasse es nicht. Sam, folks! Oder wie auch man mal den ausspricht? Arschloch? Oder so? Nein, wir wollen natürlich keine Spieler anmeckern. Nein, Arschloch. Oh, jetzt hier aber, ne? Mein lieber Scholli. Ich glaube, auch Sokrates werde ich noch bringen. Einfach weil, der hat mich sehr überzeugt zuletzt. Auch, also, jetzt nicht bei FIFA, sondern im Echten. Ja, also, dass der gut ist, wusste ich ja. Ja, hat man ja in Bremen immer wieder gesehen. Einer der wenigen wirklich guten Spieler bei Bremen. Aber, also, ne? Beim BVB. wirklich eine Macht. Gefällt mir mittlerweile besser als Subotic. Und das will was heißen. Von Subotic habe ich immer sehr viel gehalten, aber in letzter Zeit, seit seiner Verletzung, der kommt einfach nicht so richtig wieder in Fahrt. Finde ich schade. Das war eigentlich ein so guter Sturm, äh, Sturmdu, na klar. Hummels und Subotic, der Sturmdu. Natürlich. Äh, so gute Verteidiger. Ich fasse es nicht. Ja, soviel zu den guten Verteidigern. Ja, auf jeden Fall haben die den Kasten gut dicht gehalten, immer. Und, ja, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos. Unfucking fassbar. Ach ja, ich werde wohl mal, hm, ein paar Akzente setzen. Gagawa, Sokratis, und das war's erstmal. Jetzt müssen wir natürlich hier, also, da filmen wir 2-0 und dann, weißt du, zweite Halbzeit hier, scheiße. Fass ich ja nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht wichtig, es ist ein Testspiel, aber es geht natürlich trotzdem auf die Moral der Spieler und auch auf meine. Gerade in Testspielen, da will ich natürlich ein bisschen was zeigen. Oh, das nicht. Ja, der stand im Weg, mein Gott. Will der jetzt auch noch gelb zeigen, oder was? Aber ich fasse es doch nicht. jetzt was gezeigt, oder nicht? Ja. Schön, dass das Bild erst zum Schiedsrichter zeigt, als er die Karte schon wieder in seinem Arsch gesteckt hat. Oh, 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 pfff, hei, du jetzt gar, das war aber jetzt riskant von mir, da noch auf Kreation zu drücken. Junge, Junge, ich lebe gefährlich. Äh, sowas pfeift er dann nicht, weißt du? Der hat mir eindeutig am Bein gestellt. Ja, wir haben zu viele gelbe Karten hier auf dem Platz, äh, schlecht. Ach, da pfeift er, ey, da pfeift er. Weißt du? Naja. Cool. Fun 88. Klingt wie ne Porno-Seite, wenn man die 88 austauscht durch 69. Hehehe. Dürmchen, Dürmchen. Wollt ihr mal den Ball zurück? Dankeschön. Oh, schön, schön, schön. Der passt mal gut. Jep. Einwurf ausgeholt. War nicht so viel drin jetzt. Ah, schade, wenn der durchkommt. Ja, wir können noch einmal wechseln. Eigentlich in Testspielen ja noch öfters. Weiß gar nicht. Wir können nicht mehr wechseln. Äh, ja, FIFA, ne? Normalerweise kannst du in Testspielen ein bisschen öfters wechseln als nur dreimal. Habe ich jetzt auch ganz vergessen, dass wir schon einmal gewechselt haben. Wir mussten ja Obermeyang ersetzen. Was denn? War der im Haus? War der noch nicht im Haus, hör mal. Ich hätte gerne einen Videobeweis. Ja, und das kann ich dann immer nicht leiden. Weißt du, wenn die dann hier, ne? Den Ball so abschirmen, minutenlang, um das Ergebnis zu retten. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Das ist schlecht programmiert. Sorry, aber das ist unfair. Das ist einfach unfair. Ja, und dann noch so eine scheißgelbe Karte wegen so einer Kacke. Ich meine, jetzt im Testspiel ist mir das egal, aber wenn das dann in einem Ligaspiel oder Pokalspiel passiert, das ist einfach unfair. Ja, und das siehst du ja Mächtenfußballern auch nicht, dass die da zwei Minuten, drei Minuten dastehen und einfach nur den Ball kuscheln. Einfach, weil sie drauf stehen oder was? Oh! Schade. Hätten wir jetzt doch noch gewinnen können, ey. Oh, der steht doch sehr... Oder auch nicht. Scheiße. Komm, Sven. Ach. Huba. Och. Ey, was willst du pfeifen? Was? Was? Ey. Echte Liebe, Leute. Echte Liebe. Wenn der Schiedsrichter mal so verliebt wäre. Oh, Mann. Gut. Marco Reus. Ja, auch immer die Diskussion bleibt, der beim BVB wird er gehen. Und, ach. Man hält's ja kaum noch aus. So, Spiel 1 ist geschafft. Und das war's dann auch schon für die erste Folge. Die dürfte jetzt etwas länger gewesen sein, wegen der ganzen Einleitung und Pipapo. Ja. Nun. Tja. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich, ja. Gucken wir auch mal die Spielerbewertung an. Ja, Kader war aber schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Ganz schlecht. Ja. Gut. Ja, noch die anderen Testspiele glatt machen. Ja, konnte ich jetzt gut lesen, danke. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge. Was heißt gleich? Morgen.